Ich war hier. Ich... Aber das war doch nicht mein Gesicht. Es war alles. Ich weiß es. Das zweite Gesicht. Der Typ steht schon wieder draußen. Pass mir nicht an. Naja, Umi, ich hasse dich nicht mehr an. Klar, das Verhältnis ist mir nicht in Ordnung. Ich verspreche es dir. Nein. Zu mir hat gestern wieder mal jemand gesagt, es sei ein Feige. Und ich glaube, es stimmen für euch. Ich traue mich jetzt nicht, dich zu fragen, ob ich jetzt nicht vielleicht irgendwie kennenlernen kann. Tja, und deshalb abstehe ich ja meinen Namen und meine Adresse auch geschrieben. Für den Fall, du willst, dass wir uns wiedersehen. Woran erinnert sie sich? Was ist damals passiert? Wovor hat sie Angst? Sind Erinnerungen anständig? Steckt die Angst vor den Erinnerungen an? Das ist weit in die Sicht. Was ist da vorhin passiert? Da geht irgendwo in meinem Kopf eine Tür auf oder ein Vorhang wird weggezogen oder sowas. Und dahinter liegen irgendwelche Räume. Und die sind dunkel. Und ich bewege mich aber völlig sicher. Ich weiß von jedem Ding, wo es steht, was es ist, um es zu sehen. Wer ist denn das? Die sind ja einfach reingekommen. Bitte verlassen Sie sofort meine Wohnung. Oh, wie war das doch ihr Bein? Was willst du hier? Warum? Was ist denn hier? Was? Ich will nicht wissen. 220, so auf die Polizei. Wirst du schon öfter hier gewesen? Also ich habe sie ja noch nie gesehen. Und sie sehen auch nicht so aus, als ob sie für das alles in Erkennung gehen können. Was machst du an die, du bist dann reingekommen? Die Wohnung ist in Ordnung. Ihre Frage habe ich doch noch nicht gefragt, ob es im dritten Stock eine Balkon hier gegeben hätte. Natürlich habe ich gesagt, ich kann es nicht erinnern. Jetzt sehen Sie sich das an. Die Fenster dort oben im dritten Stock. Und diesen Fleck. Das sieht doch ganz so aus, als ob hier ein Balkon gehessen wäre. Woran erinnert sie sich? Sie kann es sich nicht erklären, aber sie will es wissen. Das zweite Gesicht. Das zweite Gesicht. Untertitelung des ZDF, 2020